Hey Freunde, was geht ab? Heute wieder im Test eine Explode Batterie und zwar die Psycho Billy. Das sind 48 Schuss mit 206 Gramm NEM auf Kaliber 17 Millimeter. Das sind diese Moskitos, die auch zum Beispiel Röder hat als Moskitoschwarm und das ist jetzt hier von Xplode und dann würde ich mal sagen gehen wir einfach raus und testen mal die Moskito Batterie von Xplode. Also bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, wie versprochen kommt jetzt die Xplode Psycho Billy und folgen das die Moskitos. Ja Freunde, immer wieder eine Kaufempfehlung, vor allen Dingen für 11 Euro. Macht's gut Freunde. Kussi, Jalakku! Kussi, Jalakku! Kussi, Jalakku! Kussi, Jalakku! Vielen Dank.